Hey Leute! Willkommen zum neuen Video. Ihr seht, es ist ein bisschen was anderes als sonst. Ich stehe nicht vor meiner weißen Wand oder was. Denn heute gehen wir Bungee Jumpen und ihr dürft mich begleiten. Also viel Spaß, hoffentlich scheiße ich mich nicht rein und bis später. Wir wollten ja eigentlich Bungee Jumpen, aber da habe ich einen Joke gemacht. Ich wurde nämlich zurückgehalten damals. Jetzt sind wir einfach im Tierpark. Ist im Prinzip das gleiche. Ah ja, Shish. Bis nachher. So, wir haben jetzt die Preise gesehen und haben beschlossen, dass das doch ein Joke war. Aber wir haben Zebras gesehen und Totenkopfäffchen und das hat uns gereicht. Vielleicht sehen wir noch irgendwas. Wenn ja, seht ihr es nachher eh. Und sonst gehen wir jetzt, weiß ich nicht, irgendwas tun. Es ist jetzt halt kein Bungee Jump Video mehr oder kein Tierwelt Video, sondern follow me around. Ihr seht wie toll mein Leben ist und wie wenn ich Geld geklärt habe. Äh, ja. Gut. Ciao. Gut. So, jetzt sind wir gerade am See. Ja, da mussten wir keinen Eintritt bezahlen. Also gut für uns. Und schaut euch die tolle Kunst an. Schreibt in die Kommentare, was das bedeuten hat. Danke. So, das war es jetzt schon mit dem Video. Wir sind jetzt wieder zurück. Wir waren noch Eis essen, aber das erspare ich euch. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ist sicherlich zu spannend, aber ihr habt mal so einen normalen Nachmittag von mir gesehen. Wir wollten zuerst Bungee Jumpen gehen. Dann haben wir uns da beim Jahr geehrt. Nämlich, es ist nicht mehr 2014. Dann wollten wir einen Tierpark. Apropos Tierpark, meine Katze. Und dann sind wir am See. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Postoffelbewertung freuen. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann bedanke ich mich nochmal für 100 Abonnenten. 100 ist schon eine krasse Zahl, wenn man sich vorstellt, wenn 100 Leute vor einem stehen würden. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten richtigen Video. Und Ciao.